Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Dorsten ist er sicher. Naja. Mit dem haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Ich hätte auch schon mal eine Runde. Okay. Hier. Ja. Also. Na los. Und jemand müsste das sehen. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Ja. Muss ich jetzt mal aufkommen. So ins Gesicht wie im Schießen. Oh, der ist an. Sorry, dass du auch noch vermisst wirst. Ja. 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 Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte. Wir brauchen Hilfe. Auwe. Auwe. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück. Wir brauchen Hilfe. Bitte. Hallo? Will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Auwe. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Hilfe. Oh mein Gott. Wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Und hier ist ein Killer. Und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott. Bitte, holen Sie uns bitte. Ich empfange Sie nicht deutlich. Ich bitte wiederholen. Over. Okay, informieren. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Skilodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her. Und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott. Bitte, Hilfe. Sie müssen uns helfen. Jetzt kommen wir sicher unten der Killer schon. Schau. Was? Wann? Wie lange? Morgen. So früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Oh Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Es ist hier. Es ist nicht oben. Regne. Da. Oder er zündet jetzt den Things an. Ah. Oh, mein Gott, Madness verspürt dich! Oh, mein Gott, Madness verspürt dich! Oh, mein Gott! Kaiser, er ist für mich! Kaiser, er ist für mich! Emily! Emily! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Scheiße, er ist für mich! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, das war jetzt 30cm, was er umkippt. Das müssen wir überleben. Verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Matt! Oh, Gott, Matt! Hilf mir, bitte! Ich komme! Ich komme! M, das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Emily! Du hast Angst! Du musst dich beruhigen! Alles wird gut! Ah! Hör auf zu labern! Ich heiz dich mehr aus! Hör auf, mich anzubrüllen! Und lass mich einfach machen! Okay? Hey! Ja, lass dir nur alle Zeit, die du brauchst! Ich laufe ja schließlich nicht weg! Ha, sarkastisch! Ich versuche zu dir zu kommen und dich hoch zu ziehen! Muss beruhigen! Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdampften Turm! Bitte, 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 Matt! Tu endlich was! Oh, schnitt! Oh, schnitt! Oh, schnitt! Oh, schnitt! Hier! Oh, schnitt! Oh, schnitt! Oh, schnitt! Fett! Du darfst nicht kippen! Jetzt laden und stürzt ab! Ja! Scheiße! Komm schon! Emily! Vielleicht bist du aber nicht tot, sondern du musst auch kommen. Fuck! Emily! 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 Jetzt spring auch runter, schau nach. Wo sie ist. Ja. 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 Jetzt spring auch runter, schau nach. Ja. Nein. Nein, nicht los! Weg da! Nein! 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 Nein, nein! Ah! OK. Wink, nicht die Menschen stehen, sondern sie ist gleich nochmal. Ich sehe, dass der Mund komplett wieder gut wird. Sie war nicht oben? Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich habe sie auch nicht gesehen. Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Ah, haben wir schon das mal gesehen? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist, ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Kann ich nicht das irgendwie neu laden? Naja, dass ich dann doch runter springe und dann versuche sie zu retten. Ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich... Gut, aber andererseits hätten beide überlebt, wären sie beide aufgehängt worden. Weißt du was ich meine? Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standen euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Da ist nichts hier. Jetzt kann ich da durchgehen auf einmal. Von der anderen Seite ist es nicht gegangen. Was soll das? Das ist so abartig! Das... Das ist wirklich gruselig. Das ist vielleicht der Geist, der es jetzt führt. Hörscher. Warte mal kurz. Na, das war die Dings. Hast du das gerade gesehen? Äh, hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie... Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist! Oh, Mann! Ich meine das ernst! Warum glaubst du mir mich? Ich hab... Ich hab das gesehen! Zählt das denn nicht? Das war... Das war die... Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Ich bin total fertig. Nein, normal zu bleiben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da war... etwas... Chris... Es ist okay. Du bist nur... Wir... Wir beide. Sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir... Wir müssen uns zusammenreißen. Ja, geht das? Geht das? Lass uns... Lass uns Ruhe bewahren. Horl, werd ich hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Pipero. Ich glaube nicht, ich meine, ich weiß nicht... Da, 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 Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? In die Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja, sind das die? Sind die? Aha. Wie konnte ihr alle zur Freakshow werden? Warte, Chris, 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 der Geist! Was? Hast du's nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh und... Hatt einfach nichts auf, da war was! Da war ein Geist und er sah aus wie Hannah! So wie Hannah! Oder, oder wer in ihm fällt! Scheiße, Ash, was? Was glaubst du, die verfolgen uns jetzt seit der Sache aus? Ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Okay, und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Sache aus, Chris? Ich weiß es nicht. Was war das? Ich hätte aber gerne einen Schlüsselfein auch gehabt, irgendwie. Das darf wieder nichts sein, glaube ich, oder? Ja, schon halt. Nein, das hätten wir gesehen, dass wir gerade herkommen.